Herzlich willkommen einmal an den Bischof Georg, der uns hier heute tatkräftig unterstützt und auch an den Bürgermeister Hahn. Die zwei waren letztes Jahr schon dabei beim World Cleanup Day und dieses Jahr darf ich Sie wieder begrüßen. Und wir tragen schon die Westen, wir sind schon ausgestattet mit Zacken und Eimern und ich würde sagen, wir können einfach loslegen in diese Richtung. Genau, die erste Frage, die ich hätte, was haben Sie beide denn an Müll wahrgenommen, an Verschmutzungen, als Sie hier auf dem Weg waren? Ja, das ist eigentlich an jedem Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, sieht die Stadt nach dem Abend aus, ein bisschen verletzt, verschrammt. Wenn ich schon aus meinem Haus komme, da liegen Papierfetzen da, da liegen Tüten, Dosen da, die ich schon mal aufhebe. Und wenn man in die Stadt kommt, ja, Zigaretten, Kippen, auch Zigaretten, Scherben leider oft. Und da denke ich immer, Mensch Leute, die Mülleimer mit dem schönen Limburg, freundlich und sauber, die sind zehn Meter weg, warum werft er das nicht da rein? Ja, der Bahnhofsvortplatz sieht immer schlimm aus, um die Kneipen rum ist das natürlich so, wird aber auch weitergetragen und leider auch viele Masken, wie man am Boden rumliegen sieht. Andere Dinge, Pizzakartons, man könnte das schon auch mal kleinreißen und in die vom Bischof beschriebene Mülleimer schmeißen, wäre wirklich schön. Genau, super, dann laufen wir doch ein Stück weiter, weil das ist genau der Müll, den wir uns heute widmen wollen, nämlich der, den wir auf dem Boden finden, wo es eigentlich so einfach wäre, ihn einfach aufzuheben und in die Mülleimer zu kacken. Aber an Sie, Herr Hahn, Sie waren letztes Jahr schon fleißig dabei und haben mitgesammelt, Sie waren live dabei, als wir das Fahrrad aus der Hand gezogen haben. Letzte Woche war Lahn clean up und wir haben irgendwie das Gefühl, clean up und insgesamt Müllvermeidung ist schon ein Thema in der Stadt Limburg. Wie nehmen Sie das denn wahr? Nehmen Sie die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern wahr? Wie ist das in der Stadtpolitik vertreten? Ich nehme da schon eine Sensibilität wahr. Ich nehme aber auch leider wahr, dass es bisweilen immer schlimmer wird mit der Vermüllung. Wie kann man ein Fahrrad in die Lahn schmeißen? Da gibt es sicher bessere Möglichkeiten. Am Schrockplatz gibt es sogar noch Geld dafür. Also insofern ist das jetzt wie gespalten, meine Wahrnehmung. Es gibt Menschen, die sich extremst engagieren, die sehr sensibel sind für das Thema. Und es gibt welche, die schmeißen einfach alles weg, auch wenn der Mülleimer fünf Meter wegfällt. Und wie ist das Thema in der Stadtpolitik? Ja, es ist ein großes Thema, wird natürlich auch diskutiert. Wir reagieren damit mit Personalzuwachs, was natürlich den Steuerzahler immer vermehrt belastet. Wir kaufen neue Mülleimer, die innen noch mal komprimieren mit Personal. Die sind sehr teuer. Leider muss man so reagieren. Das ist eine teure Anleger. Okay, dann laufen wir noch ein Stückchen weiter. Hier können wir ganz kurz darauf verweisen. Hier wird schon fleißig aufgebaut. Die Erhaltung des Planeten, die Erhaltung der Umwelt, also das, was mir geschenkt worden ist von Gott. Das ist ein Punkt, der auch in der Kirche einfach eine große Rolle spielt. Wie nehmen Sie das denn wahr? Wie wird die Institution Kirche dem Ganzen gerecht? Und wie werden Sie auch als Privatperson dem Ganzen gerecht? Also ich kann das ähnlich sagen wie der Bürgermeister für die Stadt. Das ist irgendwie eine gespaltene Wahrnehmung. Es gibt eine ganz erschreckende Sorglosigkeit angesichts der Datenlage, die wir ja haben. Klimawandel. Wir haben nur diese eine Erde. Niemand kann die Zahlen mehr leugnen, die auf uns warten. Und wir haben uns ja gesehen, die Ahr im letzten Jahr, jetzt gerade in Norditalien. Und die Natur nimmt sich das Ehrliche, wenn wir nicht dafür sorgen, dass diese eine Erde geschützt wird. Und auf der anderen Seite gibt es ein wachsendes Bewusstsein, dass wir als Kirche hier ganz viel tun müssen. Klimagerechtigkeit, Schöpfungsverantwortung. Wir machen das, im Moment sind wir in einem Diskussionsprozess, das wirklich zu einem Schwerpunkt zu machen. Denn klar ist, auch wie in der Stadt, das wird nicht gehen, ohne dass wir auch Ressourcen, Geld und Personal dafür locker machen. Sonst kann man ein Thema nicht wirklich stahlreiten. Ich bin sehr daran interessiert, was wir das machen. Und vielleicht auch in Kooperation mit der Stadt. Also das ist ja eine Sache, wenn man das zusammen anfackt, ist man stärker. Und dann gibt es vielleicht schon Ideen und Vorreiter, die man sich als Beispiel nehmen kann. Perfekt, okay. Okay, Sie haben beide eben auch schon genannt, Sie haben Zigarettenstummel gesehen, Sie haben kleine Sachen auf dem Boden gesehen. Und da wollen wir doch jetzt eine kleine Challenge starten. Die Instagram-Community kann ja mal abstimmen, wer mehr sammeln wird. Und zwar geht es um Zigarettenstummel. Man sagt, durchschnittlich verschmutzt ein Zigarettenstummel 40 bis 60 Liter Trinkwasser. Andere Studien sagen 500, aber wir sagen jetzt mal 40 bis 60 Liter. Und wir wollen doch jetzt mal sehen, wer es schafft, mehr Wasser zu reinigen oder davor zu schützen, verschmutzt zu werden. Und dafür haben Sie beide eine Minute lang Zeit, um Zigarettenstummel hier im Umkreis zu sammeln. In Ihre Eimer und dann zählen wir mal danach, wer mehr geschafft hat. Also einen müssen wir abziehen oder du nimmst den. Dann ziehen wir hier schon mal gleich. Dann seid ihr schon mal auf die Plätze fertig. Dann seid ihr schon mal auf die Plätze fertig. Danke, Herr Ruhm. Also. Nein, nein. Ja. Ah, sehen Sie, wir haben nächstes Mal noch mal sauber gemacht hier. Wuhu! Jui, Jui, Jui. Jui, 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 Jui. Jui, 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 Jui. Jui, 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 Jui. Okay, dann fangen wir hier einfach schon mal an zu zählen. Oh, hier ist ein bisschen was zusammenkommt. Eins, zwei, drei, vier, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Sehr gut, Herr Hahn. Jetzt zählen wir mal hier. Oh, eine große, die zählt als zwei. Oh, nein, nein, nein. Die war nicht einfach aufzuhelf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Und die große hat jetzt eine gezählt. Also. Das ist richtig. Zwölf. Glückwunsch! Ich würde sagen, Herr Bischof hat gewonnen und ich sage vielen, vielen Dank. Und jetzt sind wir ja schon mittendrin im Sammeln und ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Sammeln auch noch anderen Müll, weil wir sehen, es gibt genug zu sammeln. Und ich sage vielen, vielen Dank für die Beteiligung und los geht's in den World Cleanup Day! Ja, los geht's! Also, macht mit!